Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Erbtest und es ist ja Oktoberfest-Zeit. Ja, und das kann man sich auch nach Hause holen, zumindest in Sachen Speisen. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob es genauso gut ist oder genauso schlecht ist wie auf dem Oktoberfest. Ja, wir wenden uns heute jedenfalls dem Wiesnwirt zu. Was steckt dahinter? Also man sieht es ja hier schon so ein bisschen, man sieht hier einen Leberkäse, Sauerkraut und Stampfkartoffeln. Und das ist es auch. Also bayerischer Leberkäse, Ofen gebacken mit Sauerkraut und Kartoffelpüree von Maika. Ja, ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farbstoffe und Hefe-Extrakt und mit Senf im Extra-Tütchen, hier drunter nämlich. Lecker und herzhaft lassen sich von den traditionellen Hüttenmahlzeiten vom Wiesnwirt verwöhnen. Nach klassischem Rezept zubereitet, denn bester Maika-Qualität. Maika wünscht guten Appetit. So steht es auf der Verpackung. Und ja, was muss man eigentlich sagen? Ja, Zutaten gucken wir doch mal drauf. Auf 49% Sauerkraut, dann Bauchspeck, wahrscheinlich im Sauerkraut, Zwiebeln, Stärke, Milch, Zuckererzeugnis, Sonnenblumenöl, Gewürze, 31% Kartoffelpüree mit überraschenderweise Kartoffeln, Trinkwasser, dann Sahne, Butter, Speisesalz, 20% bayerischer Leberkäse aus Schweinefleisch, Speck, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze und so weiter. Und der Senf kann Schwuren von Gluten und Soja enthalten. Naja. Ja, dann würde ich mal sagen, ran an die Mikrowelle. Man kann es in der Mikrowelle machen. Folie mehrfach mit Gabel einstecken, dann ca. 4 Minuten erhitzen oder im Wasserbad leicht siegend in der geschlossenen Packung ca. 30 Minuten erwärmen, nicht kochen. Und dann kann man freundlicherweise die Oberfolie entfernen, Senf dazugeben und genießen. Das schauen wir uns doch mal an. Und wenn man sich natürlich aussuchen kann, 4 Minuten oder 30 Minuten, ist klar. So, ich reiße das hier mal auf. Ja, nun gut. Lecker ist anders, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das wird dann noch ein bisschen schöner, aber ich befürchte eher nicht. So, und das kommt jetzt in die Mikrowelle. Ja, und natürlich gleich erst mal einen Fehler gemacht. Mir ist nämlich zu spät aufgefallen, ich hätte ja diese Verpackung drauflassen müssen und dann durchstechen müssen. Ich habe jetzt mal einen Mikrowellendeckel draufgelegt und ich hoffe, dass mir das Ding hier nicht um die Ohren fliegt. Fertig. Ja, man muss Maika jetzt natürlich zugestehen, dass ich das falsch gemacht habe, aber ich meine, wie viel anders soll das Ergebnis sonst aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage, lasse ich es einfach hier drin, weil so wird es ja von Maika gesagt. Ich sollte es aus diesem Behältnis essen oder kippe ich es mir auf den Teller. Aber ich mache es tatsächlich jetzt doch mal so, wie der Hersteller es denn möchte. Ja, es ist schon mal warm. Der Sauerkraut riecht ganz gut. Ich meine, bei Sauerkraut kann man ehrlich gesagt ja auch nicht viel falsch machen, auch in der Mikrowelle nicht. So, die Kartoffeln, das ist alles schon mal sehr hart. Sieht jetzt nicht so toll aus. Oh, sehr salzig. Ja, ich fange mal mit dem Sauerkohl an. Ja, ist sauer. Aber er könnte ansonsten so ein bisschen mehr überhaupt Geschmack. Also er ist einfach nur sauer, aber auch nur kurz. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber er ist nur kurz sauer und dann schmeckt danach gar nichts. Vor allem ist er auch salzig. Der Kartoffelbrei, weiter unten ist er nicht ganz so salzig, wie weiter oben. Hat dann auch eine Konsistenz, die ganz okay ist. Also nicht so weich, also nicht so flüssig, sondern wirklich kartoffelig. So, und jetzt der Leberkäse. Und ich muss ja sagen, also das Stück ist ja nun wirklich nicht sehr groß. Aber es sieht an sich erst mal ganz gut aus. Trotz der vier Minuten nur lauwarm. Und ich sage mal, natürlich ein richtig gebratener Leberkäse ist natürlich schon was Feineres, als hier so einer mit der Mikrowelle, der nur so ein bisschen gebraten ist. Also ich sage mal so, ein Gourmet-Menü ist das überhaupt nicht. Ich finde auch, das ist die falsche Verpackung für dieses Essen. Es wäre schon besser, wenn es so in drei verschiedenen Kammern wäre, man es sich dann so zusammenstellen kann, beziehungsweise man kann es sich ja auf den Teller legen, aber ich glaube, dann sieht es nicht wirklich besser aus. Weil so ist es jetzt ja schon noch so, dass der Kartoffelbrei ist auf der rechten Seite, der Sauerkohl auf der linken und der Leberkäse liegt da so drauf. Ja, also ich sage mal so, man kann das durchaus essen. Mit dem Oktoberfest hat es nichts viel zu tun. Ich habe jetzt auch nicht Lust, hier gleich ein Prosit auf die Gemütlichkeit zu singen. Was zu trinken wäre jetzt nicht schlecht. Es ist, man isst das so weg, aber es ist eigentlich kein Genuss, muss man so sagen. Es ist dann doch nur ein Mikrowellengericht und in dem Fall ist es wirklich, es ist halt eine Mikrowelle-Festzeit. Ich habe schon den Namen wieder vergessen. Ich würde mal sagen, ein vorsichtiger Daumen zur Seite. Aber eigentlich ist es kein Produkt, das man jetzt wirklich dringend kaufen muss. Bis zum nächsten Mal. Und eine schöne Riesen, wenn ihr denn hin wollt.